ARD Text im Auftrag von Funk Und dann kommen die Leute zu mir, wenn ich durch mich und sage, hey, Balti, du bist jetzt wirklich ein geiler Sieg. Hey Leute, ich bin in der Showszene Schweiz, mein Outfit ist doch das beste Indiz. Im Blick bin ich ständig an den Weihnachten glatt in den Schweizer Illustrierten auf dem Titelblatt. Ich habe einen Superbody, die Muskeln aus dem Stall, der Scheitel gezogen mit dem Lineal. Die Sonne sei es, ein Outfit, Bursch und Fresor. Sehen wir, meine Fans schreien jetzt im Chor. Da kommt der Balti! Da kommt der Balti! Da kommt der... Balti! Der geile Sieg! Die Männer schreien, yeah! Yeah! Die Frauen schreien, yeah! Nein, ich will ein Kind von dir! Von der Serville-La-Prominenz bis zu mir ist so weit wie von Zürich nach Kaschmir. Ich bin der Traum von den Frauen wie ein Phänomen. Keine in der Schweiz ist so photogen. Meine Stimme ist erotisch, meine Haut zahlt und weich. Ich habe einen Gang wie ein Tiger, ganz ohne Seich. Ich bin so viel Sex und viel Bursch und Fresor. Sehen wir, meine Fans schreien jetzt im Chor. Da kommt der Balti! Da kommt der Balti! Da kommt der... Balti! Der geile Sieg! Die Männer schreien, yeah! Yeah! Die Frauen schreien! Yeah! Hey! 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 Ich bin der T-Stars! Die Frauen schreien, die Männer schreien, ja! Ich bin der T-Stars-Mann. Ich bin der T-Stars-Mann. Ich bin der T-Sar-Mann. Der geile Siiiiirt! Mann ist reviert! Frau ist reviert! Ja! Dann werde ich sein! Wenn ihr heute Abend noch ein Autogramm stehen könnt, einfach hinten machen könnt, geheiss Tamtam! Die hübschen Ladies hier im Publikum! Meine Haut ist zwar faltig, aber die Länder sind jung! Das ist der Falti! Da ist der Falti! Da ist der... Das Macho D! Danke für die Inspiration! Und Standing Ovation! First one! Mit Otto und der Sange!